Geiern, komm, Flaggen, Geiern, Alter, komm, wir gehen gleich B Lass mich halt durch, ich will auf B Mann, Alter, ich will B Ich geh sicherlich nicht zur B, denn Boah, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer Gleich B, Mann, B, 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 B Nein, der messert, der messert mich, dieser verfickte Hurensohn, Alter Also ich hab jetzt gerade nur im Headset gehört Es tut mir leid, dass ich ihn beleidigt hab Nein, es tut mir nicht leid, dass ich ihn beleidigt hab Sondern ich entschuldige mich bei seiner Mutter Aber ich kann nichts dafür, dass sie im horizontalen Gewerbe arbeitet, Mann Ey, Mann, der, weißt du, der hat mich gemessert Die haben ja jetzt beim letzten Update wirklich das Messer hochgepatcht, Alter Das, das gibt's nicht, Mann Boah, mich doch echt verarschen, Alter Nein, Mann Jetzt muss da Basti weinen, Alter Kommt die, kommt die Anne oder deine Ehefrau und dann nimmst du mal den Pippi in die Hand und dann ist wieder alles gut Ja, Mann Ey, mit Zielsucher, ey, du verf... Ne, nicht mit Zielsucher Jawohl Nimm mich zurück, Jungs, nimm mich zurück Ich wollte schon wieder seine Mutter beleidigen, aber ich lass es sein Ich, ich... Das gäbe doch nicht die Geiern ernsthaft auf die Dragonfire direkt, Alter Was sind denn das für Lobobs? Das sind solche Schlobobo, Schlobo, Schlobobs Komm her, du Arschloch, wo bist du denn? Oh, nice one Wer hat denn den Orbi? Keine Ahnung Gehst du mal bitte aus der Party raus, mein Freund? Danke Ciao, ciao Oh, Alter, der hat mir jetzt... Ey Wie weit bist du vor dem Notster? Ich habe jetzt erst die Drohne, weil mich der eine mit seinem Messer hier 100 Kilometer entfernt gemessert hat, Mann Und wieso join hier keine Leute rein, dann kann ich es ja nicht schaffen, Mann Das gibt's nicht, Mann, ich habe ihn doch schon lange gehabt, vor allem, er war doch auf dem verdammten Blackbird zu sehen, ey, Mann Ich weine gleich, ich weine gleich, es sind so wenig Leute, warum war der nicht auf dem Blackbird? Der war total verzögert auf dem Blackbird, dieser Moment, Alter, wenn der Blackbird einfach aufhört Nee, das, äh, das Perk, ich weiß nicht, ob ich, darf ich das Wort Hurensohn überhaupt hier sagen? Nein, Hurensohn darfst du nicht sagen, das ist geschützt Okay Der hat das Perk gehabt Der hat das, äh, Perk gehabt Super horizontales Gewerbe bei seiner Mom Ey, wir haben einen Gegner Einen Gegner haben wir Was soll denn das? Was soll das? So, dich hole ich mir, du Kleiner Ich, ich, ich verstehe auch nicht, warum mir keiner nachjoint Matchmaking gleich, äh, scheiße, Mann Ohne Mist Wow, geil Und ich habe meinen Orbit nicht geschafft, äh, meinen Vitor nicht geschafft Geil Juhu, 800 Microsoft Points für mich Guck ihn dir an, wie er da schimmelt, Alter Die ganzen Arschlöcher rausgehen müssen Ja, da, ich glaube, machen wir es so, doppelt oder nichts, oder? Doppelt oder nichts, okay, ja, das, das, das ist Weißt du, was das heißt, doppelt oder nichts in dem Fall Doppelt oder nichts heißt, wenn du es jetzt nicht schaffst, musst du mir 800 geben Oder wir machen das dann so, äh, wer den stärkeren Schlag hat, kriegt die 800 Nein, das mag ich nicht, du hast eh den stärkeren Schlag Das weiß ich doch eh schon Ach, ist mir jetzt doch egal So, ich spiel wieder mit Lowstreaks und ich packe mir in meine Schalldämpfer packe ich mir jetzt ein So, jetzt haben wir die MP7 mit Laser und Schalli Und jetzt spüren wir mal hier Ich spüren wir es ja jetzt taktisch mit der Smoke Grenade Ich hab mir doch Fingerfertigkeit und alle flinke Hände, ne? Ja, Fingerfertigkeit gibt's ja nicht mehr, dieses, dieses richtige, dieses schneller Nachladen, ne? Das ist ja der Kack Das hält, stimmt, das ist mir auch gerade so eingefallen Das wurde bewusst ausgelassen Ich versteh's gar nicht, warum's kein schneller Nachladen gibt Es gibt ja dieses, ähm, dieses Perk Äh, dieses Perk, sag ich schon, diesen Waffenaufsatz Dieses Quick, Quickdraw, wo du schneller zielen kannst Aber kein schneller Nachladen Es gibt nichts, wo du schneller nachladen kannst Waren jetzt los Kannst du schon deine, kannst du schon deine Ne, du kannst auch noch nicht Meine Statistik sehen, meinst du? Ne, das ist der Stab 10 Okay Oder 10, 11, 12? Keine Ahnung Aber du siehst es ja anhand des Lobby Leaderboards Wie gut wir eigentlich sind Oder schlecht wir eigentlich sind Du hast gerade ne 3er KD Und ich hab auch Gerade ne, naja, ne 2er KD Ja Gut gerechnet, Basti Schau mal Also ich hab gesagt, mein Ziel ist ne 2er KD zu halten Und der Kerl will, äh, Bank Bankwirtschaft Was hast du schon, die Bankwirtschaft? Jaja Aber das hat nichts damit zu tun Rechnen kann ich eh nicht Also von dem her In der Bank gibt's immer ne Taschende Ich hab 71 Kills gemacht Ja, es kommt immer Es geht halt immer so auf mein Konto Und nix auf andere Kontos, ne So Genau Da haben sie jetzt letztens wieder Nen Banker hochgenommen Von der Deutschen Bank Der hat 9 Millionen Bonus bekommen Ey, ich möchte auch mal 9 Millionen Bonus bekommen Für den Scheiß, den ich da jeden Tag mach Diese hässlichen alten Leute Die bei mir den ganzen Tag anrufen Um mich zur Sau machen Alter Schwede Sorry, wenn ich das so sag, aber Da flippe ich dann echt aus Möchte auch einfach mal 9 Millionen Und dann würde ich so machen Wenn ich 9 Millionen, ich schwör's euch Wenn ich 9 Millionen Bonus kriege Dann würde ich eine Million nehmen Und an alle meine Abonnenten ausschütten Und ich würde das machen Nee, also ich würd Ich würd Ich würd Ich würd Ich würd Lieber nicht das Geld geben Sondern Ich würd halt davon was kaufen Die meisten von euch Haben ja so schlechte Vorbilder Wie mich Und Gewisse anderen Leute Ihr würdet euer Geld Wahrscheinlich gleich für Nutten Drogen Und Alkohol ausgeben Ich würd Ich würd Den dann Lieber eine HD-PVR Schenken Oder so HD-PVR So eine scheiße Elgathos Elgathos Dann die hoch Die qualitativ hochwertigen Scaf Gaming Controller Immer doch Wobei er jetzt schon nicht mehr quietscht Vielleicht hab ich ihn nur ölen müssen Mal rein spucken Wahrscheinlich Wahrscheinlich ist da drin Eine gewisse Eine gewisse Flüssigkeit eingetrocknet Ja genau Man sollte nicht Während des Spielens wichsen Meinst du damit oder was? Ach der hat Der lag da Den hab ich gar nicht gesehen Gehst du mit B holen? Ja ich bin bei B Ja ich seh die schon Sorry ich hab dich nicht gesehen Die holen Zehner Die machen uns grad Zeh streitig Oh die haben uns Zeh streitig gemacht Oh der Oh Ich bin schon Ey ich glaub ich krieg hier Gleich einen Ausraster man Wer kommt denn hier alles Immer in die Partys rein man Ohne Scheiß Die kommen einfach In die Party rein ey Ohne Ohne zu fragen Kommt der einfach rein Und sagt dann Hallo Guten Abend So kennst du das? Bitte auf sie Party rausgehen Ciao Danke Oh geil Oh ich hab Einkrieg gemacht Geil Oh je Ich bin der King Alter Ich glaub wir müssen mal die Party auf auf äh Zustellen Das hätt ich vielleicht vorher machen sollen Ja Ja das hab ich mir vorhin auch gedacht Ich hab eigentlich gedacht Du nutzt die mal die wertvolle Zeit wie wir in der Lobby äh sind um die Party mal zu schließen Aber weißt du was das lustige ist Ich hab in dem Account hab ich keinen einzigen Freund Keinen einzigen Und es kommen trotzdem Leute rein Frag ich mich wo die mal herkommen Ja die sind von mir logischerweise Die sind von dir ne Ach du und da oben ist einer Ach der ist Ach der ist unten drin Hast du ihn? Ja ja unten Ja ich hab ich Ich hab C gesaved Ich hab ihn Ich hau mal ne Drohne raus So Ja hau raus Da mach ich Lightning Strike Oh Ausnahmsweise mal mit dem Lightning Strike Hain erwischt So ganz ausnahmsweise Oder? Ja ach so Ich hab jetzt auch diesen Diese Hai Hai Abschuss Serie Ähm Wie heißt die? Blitzschlag Jetzt guck ich mal wie viel ich kill Blitzschlag Ja Oh yeah Ein kill hab ich gemacht Ja mit Blitzschlag kannst du eigentlich schon Gegner Gegner rapen Nur nicht in Black Ops 2 Doch Wenn der echt Wenn der echt gut platziert ist Dann kann man das echt gut machen Ja aber wenn hier die halbe Map Oh gibt dir die Ah die Fotzensau alter Legt er sich hin Aber hat nochmal schön einen an die Fresse bekommen Ja Das ist halt blöd Wenn die halbe Map Überbaut ist Da bringt der Blitzschlag auch nichts Ja deswegen musst du halt immer glotzen Na Das ist ja das Problem Immer glotzen 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 Wo stehen sie Wo sind sie auf der UAV Da unten war noch einer Da unten war noch einer Ich nehme Triple Caps Mit auf Wayne So So wir brauchen B wieder B B B B B B B B Ich hab nur Angst So Die sind jetzt bei A A wie Anal C wie Kack Da oben ist er nicht Der ist unten Nee der ist unten Ist der oben oder unten B wie Der ist unten B wie Busenfick Ich hab ihn Busenfick Busenfick Hast du gut gemacht, du. Ja, du musst die Leute schon mal loben. Du musst die Leute schon mal loben, Chris. Überhaupt nicht gut gemacht, man. Der läuft da rum die ganze Zeit im Pre-Aim. Ey, wo kommt einer? Guck mal, Luna. Bailando, bailando. Amigos, adios. Adios. Esi, esi, loco. Ich finde, es ist absolut scheiße. Aber ich glaube, wenn ich hier auf dem Ballermann wäre und schon den ersten einmal so ein Gerät, dann würde ich das auch feiern. Ich glaube, das würde jeder feiern, oder? Ja. Dann müssen wir außerdem mal hingehen halt, aber ohne Frauen. Irgendwo auf so einen Sauf-und-Fick-Urlaub. Äh, ja. Bestimmt. Achso, nein, natürlich sind die Frauen tabu. Ich hoffe, meine Freundin ist noch nicht daheim. Die sind nämlich gerade weg. Deswegen spiele ich auch. Mann. Hauptsache, es kommt keiner zu B, Mann. Die sind A, ne? Oh, chill halt mal. Keine... Das ist ein gefährliches Pflaster, wo ich gerade bin. Okay, der ist verreckt, dann. Das gibt's nicht, Mann. Du hässliches Arschkind, Alter. Ich hasse es. Hauptsache, du kriegst wieder auf die Fresse hier. Nein, kämp doch nicht, Mann. Ach, ne, German Farriers. Das... Ah, ne, German Freund. Aha. Du kleiner Rechtsradikaler, du... Das deutschens Freund. Das franzosen Feind. Wo ist der? Ey, geil. Nein, Mann! Ey, wenn du diese Killcamp sehen würdest, die war mal richtig genial. Er hockt in der Ecke einfach die ganze Zeit. Ey, wir müssen uns mal jetzt B holen. Ja, chill mal. Ne, jetzt kann ich gerade nicht chillen, weil wir müssen jetzt B holen. Weil unsere Teammates sind zu doof, zum B zu holen, ey. Komm, du Arschloch, komm, komm, komm. Alter Schwede, Mann. Komm, ich warte auf dich, komm. Was sind denn... Wieso lecken das jetzt? Willst du mich verarschen? Ey, wir verlieren schon wieder B. Das gibt's doch gar nicht. Wir verlieren schon... Ey, das gibt's nicht, Mann. Ich renne jetzt in die Disco rein. Hier müssen noch irgendwo welche sein, Alter. Das gibt's doch nicht. Haupt, nimm B ein. Mach ich gerade. Ich bin dabei. Ey, das gibt's nicht. Der macht einen Triple Kill bei B. Weil er es halt kann. Vor allem der... Oh, der Teammate hat mich so geblockt, ey. Dummes Arschloch, Alter. Die holen wieder B. God damn it. G, B holen. Das gibt's nicht. Weil ich schmeißen... Ich hau einen Blitzschlag über B. Ey, die campen bei B in dem blöden Ding drin, Alter. Ey, das war ja sauknapp, Mann. 123 zu 20. Wir brauchen jetzt dringend B. Ja, das Problem ist, die kommen von allen Richtungen, Mann. Das gibt's nicht, Mann. Du hast keine Chance. Unsere Teammates sind so scheiße. Komm, wir müssen mal von hinten auf B, sonst wird das nix. Ja, oder lass uns mal C catchern oder so. Weil ich geh außen lang. Ja, kommt noch einer. Hab ich. Das gibt's nicht. Den kriegst du nicht down, Mann. Ich hab... Ey, das ist zum Kotzen, ey. Ey, die haben nur Lightning Strikes. Und ich verreck die ganze Zeit am Lightning Strike. Verfickt nochmal. Ich renne auf B, Lightning Strike. Ich renne auf B, Lightning Strike. Ich renne auf B, ha, ha, ha. Hauptsache Lightning Strike for the win, Alter. Komm, ey. So, ich hab B jetzt. Ey, das gibt's. Ja, geil, du. Ey, die rennen alle außenrum, ey, Mann. Ey, lass mal, lass mal. Lass mal zur C gehen. Das ist scheiße, Mann. Du machst hier auch deine Quote für den Arsch, Alter. Scheiß auf meine Quote. Das... Gib mir auf die Nüsse. Ich will B holen. Ja, warte. Jetzt haben wir B. Ja, komm, dann lass uns hier durch die Disco gehen. Ja, lass uns ein bisschen abfeiern. Krieg ich jetzt... Hast du den? Und... Oh, ich hab beide. Und, ähm... Pass auf. Pre-Aim, schön pre-Aimen. So wie diesmal. Schön pre-Aimen. Da hinten hockt einer. Pass auf, da hinten. Da hinten. Da hinten war einer gehockt. Aber wir holen uns jetzt C, weil wir müssen ja das Spiel gewinnen. Hab ihn. So, und gleich weiter. Ich weiß nur Ding. Die gehen jetzt eh gleich wieder B, alle. So wie ich die kenne. Ey, nein. Jetzt haben sie bei B ein Geschütz aufgestellt. Verfickt nochmal. Das ist doch zum Kotzen. Klar, dass bei B da wieder einer innen kämpft, ne? Ja, vor allem hat keiner von den ganzen Leuten hier eine scheiß verfickte EMP-Granate dabei. Ey, das gibt's nicht. Du hast keine Chance. Und wir verlieren jetzt fast echt noch das Spiel, oder? Ne, wir haben noch zwei Bases. Ja, aber wir verlieren's noch fast. Wir machen aber Triple Cap. Punkte was wünscht. So, jetzt chill ich mich da auch mal hin. Jawoll. Anders wie will kriegt niemanden. Meine Fresse, Alter. Mein ganzes Gameplay zerstört durch diese scheißge Käppe, Alter. Guck mal, der hat einen Robot-Dance gemacht, hast du das gesehen? Der wollte so'n Dance machen. So'n geilen Handmaid. Was hat er gemacht, ey? Oh shit. Gage? Jetzt hab ich mein scheiß Mikrofon hier weggeschoben. Das hört man jetzt.